Wäre ich gerne reich? Beim ersten Gedanken eigentlich eine dumme Frage. Reich zu sein bringt objektiv nur Vorteile. Keine Geldsorgen, sich alles leisten können, was man will, ansehen und scheinbar grenzenlose Möglichkeiten. Und dennoch, wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich nicht so wirklich, ob ich das möchte. Denn was verändert sich denn alles, wenn man urplötzlich reich wird? Der Umgang mit meinen Freunden wäre wahrscheinlich anders. Wie gehe ich mit ihnen um, wenn ich, keine Ahnung, beispielsweise etwas essen gehe? Spielt mein Reichtum dabei eine Rolle? Wird von mir verlangt, mit meinem Geld meine Freunde zu finanzieren? Vermutlich nicht. Aber der Hintergedanke wäre trotzdem immer vorhanden. Egal was ich mache, mit wem auch immer ich mich unterhalte, wird irgendwann rauskommen, wie viel Geld ich habe? Wird dieses Gefühl, dass Leute nur etwas mit mir zu tun haben wollen, weil ich viel Geld habe, jemals vergehen? Lohnt es sich überhaupt noch Sachen zu kaufen, die ich immer haben wollte? Oder sind diese auf einmal weniger wert für mich, da ich mir das sowieso leisten kann und dadurch den Wert nicht mehr wirklich wertschätzen kann? Reich sein ist ein Privileg und jeder sollte dankbar darüber sein, sich keine Gedanken über Miete, seine Zukunft etc. machen zu müssen. Aber dennoch finde ich diesen Gedanken interessant.